Ich esse überhaupt nicht Mittag, sondern ich frühstücke und esse zu Abend und zu Abend esse ich nicht in der Kantine. Und das ist der ganze Trick, wieso ich abgenommen habe. Ich habe mir das Mittagessen abgewöhnt. Ach so, das heißt, Sie kommen elegant am Veggie-Day vorbei. Richtig. Außerdem darf ich Ihnen was sagen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man den Leuten versucht zu erklären, dass es gut wäre, wenn wir alle mal einen Tag nur Obst und Gemüse essen. Was ich furchtbar finde, ist daraus eine Vorschrift zu machen und den Kantinen zu sagen, ihr dürft nichts anderes anbieten. Dann brauche ich wieder einen, der kontrolliert. Dann gibt es wieder Denunzianten. Dann muss ich Ordnungsstrafverfahren ein. Wir müssen nicht alles regeln. Wirklich. Es genügt auch mal Aufklärungsarbeit zu machen. Dann noch eine Frage. Trennen Sie denn Ihren Müll? Ja, klar. Ich unterscheide zwischen Papier, Plaste, Allgemeinmüll und Biostoff. Das heißt, nicht erst seit der Zwangsoppositionierung mit den Grünen? Nee, das habe ich schon vorher gemacht. Aber da sind Sie in Berlin auch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Da kriegst du auch konkrete Angebote und das haben wir natürlich gemacht. Macht mir sogar ein bisschen Spaß. Ich weiß bloß manchmal nicht genau den Unterschied zwischen Papier und Plastik. Es gibt da so ein glattes Papier, wo ich immer denke, für mich ist das schon eher Plastik. Da könntest du mir mal helfen und sagen, das kommt da rein und das kommt da rein. Auf Trennen. Auf Trennen. Vielen Dank. Bitte.